Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut. In diesem Video zeige ich euch meine aktuelle Putzroutine, die ich morgens immer durchführe, mache, bevor ich zur Arbeit gehe. Da habe ich euch mitgenommen. Ja, ich würde sagen, legen wir gleich los zu dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.